Danke für den Follower, Alex. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Frank ist wirklich tot. Ich weiß. Aber wir können jetzt nicht stoppen. Wir müssen diesen Code finden. schnell, bevor die Schäfer kommen. Jetzt braucht das nicht mehr. Bad Euro Sonderrecht. Bin ich ganz ehrlich. Good girl. Sorry Frank, I'm sorry. Ich ähm... Ja. Sollen wir den jetzt wirklich zurückspulen? Oder lieber nicht? Oder vergiss das. Und nur ich kann es ändern. Was... Was meint ihr? Sollen wir zurückspulen, ihm das Geld geben? Oder... Ich weiß gar nicht... Haben wir das Geld eigentlich bei? Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder sollen wir es mal so... Oder sollen wir es einfach mal so belassen? Ich meine... Ähm... Ähm... Was erwartet uns dann in der Zukunft? Chloe wird ins Gefängnis gehen. Vermute ich mal. Weil ich glaube nicht, dass... Ja, zurück. Ja, zurück. Was meinen denn die anderen noch so? Ich warte noch mal kurz. Ich äh... Chloe wird wahrscheinlich dann ins Gefängnis gehen müssen. Vermute ich mal. Weil ich glaube, die Polizei wird es rauskriegen. Dass wir es waren... Wir... Wir werden wahrscheinlich als Komplize da noch mit rein... Gewirtschaftet. Es ist schon... Wir spulen mal ein bisschen. Jawohl, wir spulen dann mal. Gut. Was ist hier? Was ist hier? Schöne, Chloe. Ich kann dir sagen, dass das nicht gut geht. Max, ich sollte dir wissen, dass du dich liefst und ruhig bist. Also, erzähl mir genau, was ich hier mache. Ja, sie soll aufpassen, was sie sagt, ne? Die Waffe vielleicht nicht benutzen oder halt vorsichtig sein. Was können wir ihr denn als Ratschlag geben? Hast du das Geld in Episode 3 genommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, Schnoggi. Ich weiß das gar nicht mehr. Bitte, schau deine Mose. Du hast keine Social-Skills hier und du wirst sofort schlafen, Frank. Du möchtest das, nicht wahr? Okay, ich versuche, wie du für ein Veränder. Oder wie du warst. Wir versuchen es einfach mal. Oh, schau, die Wunder-Twins. Ja, 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 kennen wir ja schon. Okay, geben wir ihm mal das Geld. Stimmt, das lag ja bei Chloe im Zimmer. Natürlich, wir hatten es ja genommen gehabt. Ja, ja. Oh, danke, danke. Das war nicht so schwer, war es? Und wir können nicht mehr tun, was es? Jetzt können wir uns wiederholen, wenn ich mich entschuldige. Frank? Können wir uns ein paar kurze Fragen? Close the door, no fight, no weapon. Okay. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen unschüssig. Oh, no weapon. Ja. Ja. Ach, zurückspringen kann ich nicht. Okay. Ja, Frank. Das geht nicht gut aus. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Ja, 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 kennen wir ja schon. Ja, ja, kennen wir ja schon. Ich würde gerne zurückspulen. Müssen wir jetzt ganz zurückspulen schon wieder. Manchmal frage ich, wie gefährlich, glaube ich wirklich, ist er das schlimm. Anderer Verlauf, selbes Ende. Ja, da hast du recht. Ja. Sauber. Haben wir das schon mal richtig gemacht? Ist die Waffe, wir sind jetzt schon mal weg. Ja, kennen wir ja. Schwungen wir jetzt mal ein bisschen vor. Gehen wir ihm das Geld. Ja, da hast du wohl recht. Da hast du vollkommen recht. Ja, da hast du schon mal wieder? Ja, das ist ja nicht. Oh Gott, ich liebe dich, Blackwell-Schutz. Du erwähst alles für frei. Du hast keine Handouts von mir. Ich arbeite für ein Leben, du verstehst? Ja, Frank. Without diese Blackwell-Schutz als Kunden, du hast keine Arbeit überhaupt. Du bist ein Drogenbewerb. Ja, genau, okay. Du bist beide mir ein Hörger. Kein Problem. Frank, wir haben nicht hierhergekommen. Das ist so viel größer als uns. Was? You come in peace? After you aimed a fucking gun at me and then pulled the trigger. To be honest, Frank, you scared me. You held a knife on my friend. I didn't want to pull the trigger. I could tell by the way you held that pop gun with both hands like it was a magnet. Maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight. I only want to shoot with my camera. I swear. Ask Chloe. Look, Frank, Max doesn't need a gun anyway. So are we cool? Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Of course I do. Austin. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right. It was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes. We're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Listen, I read Rachel's letter. I know how much she cares about you. You read that letter? Huh? The one in my RV? Are you fucking insane? You read my private letter? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it? How do you like my blade, kid? Huh? Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. You're both fucking crazy. What do you want? That's okay. That's okay. Yeah, war schon viel, viel besser. Er hat zwar ein Messer im Bein. Ne? Aber es war definitiv die bessere Entscheidung. Oh, oh shit. This could have gone way worse, but Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max, you can change all this if you want. Nein. Ah, Yoshi. Ich bin der MacGyver. Ich weiß ja, Mensch, er ist Knie aufgeschützt. Okay. Ja, krass, ne? Was so kleine Entscheidungen doch schon wirklich für Ausmaße haben. Und das ist im Leben ja auch wirklich so, ne? Aber man kann ihm im richtigen Leben ja nicht zurückspulen. Leider. Mutwehr. Ja. Chloe, are you okay? Sorry, I just keep thinking about Frank. Please don't. You saved us. Frank is lucky. We have to keep moving forward. I better focus on this board and start tying these clues together. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Looks like this is not relevant at all. Okay. Ah je, jetzt muss man die auch noch... Oh Gott. I bet I could suss out some major clues in Frank's account book. If I could decipher the damn code names. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Er ist gestolpert, doof gelaufen. Hahahaha. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Fail, abort, wrong clues. If Nathan did drug Kate, he must have gotten the drugs from Frank. Das ist aber jetzt wirklich nicht einfach. Das Reh ist schuld, ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher, welche wir da nehmen sollen, weil es ist doch ein bisschen schwierig jetzt. Verdammt, gerade das war Glück. Irgendwer muss ja schuld sein, da hast du vollkommen recht. Welche kommt? Sehr schön. Sehr schön. Das wäre es doch... Was? Das wäre es doch, am Ende taucht... Das E auf... Meint... Dann voll... Ey, Alter, ich bin Bambi und Rudolf. Und gleich zeige ich dir... Okay. Epic Split. Das ist doch falsch. Puh, das ist aber echt schwierig, dann jetzt hier die ganzen Kombis zu finden. Max, there is no logical link between those clues. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan... That's all she wrote. Es war die... Es war die... Es war die... Es war die Rache von... Greenpeace! Nicht Peter? Peter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nathan's tail light is busted. And I'm... Damn! I must have missed something. Okay. Nathan's tail light is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the lights... Fail! Abort! Ja, ja, Fail! Wrong clues. Okay. Hm. Who does this car belong to? Auf wen gehört denn das... 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 Nein! Wow, Sir. Das looks like an expensive machine. Das ist das Auto von... Von... Von David, ne? Das Nummernschild haben wir doch gesehen von der Garage. Das ist das Auto von David. There is Nathan dealing to the kids right out in the open. Mhm. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating. As usual. Das ist der rote SUV auf jeden Fall schon mal von Nathan. So. Who else was David tracking here? Yep. Another car David was tracking. Dann ist das schon mal eigentlich... Richtig. Why the hell are you following these people? And... To where? Boah, das ist aber auch schwierig. Bin ich ganz ehrlich. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Okay. Nathan's tail light is busted. Es waren die Illuminaten. I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Looks like this isn't the right combination. Max, there is no logical link between... Okay. Nathan's tail light is... Oh, you're treading water, Otter. Meine Güte. Try again. Okay. Nathan's tail light is busted. I'm... This makes no sense, Max. Bin ich ganz ehrlich. Interessant. Ist das Nathan's car? Pfff. Hat etwas länger gedauert. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie wir das Rätsel lösen können. Weil ich weiß... Momentan nicht genau, worum es hier genau jetzt geht. Das sind Längen und Breiten gerade, ne? Kann das sein? Wenn ich das richtig sehe, oder? Oder bin ich da jetzt falsch im Bilde, ne? Haben die... Ah, warte mal. Moment, 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 Moment. Ich glaube, ich weiß... Ich glaube, ich weiß was. 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 Lala. Warte mal eben. Bleib mal eben dran. Moment, warte mal eben. Moment. Warte mal eben. Moment. Mhm. So. Gundolf. Was? Es war der Kerlpunkt, was der gerade streamt. Ich war es, genau ich. So, warte mal. Das ist definitiv Chloes Auto. Vielleicht war es auch mal nur ein Neuer. Ja, man weiß es nicht. Wo sollen wir bloß hin? Bleibt ja bloß abzuwarten. Das stimmt. Ach, das war ein P gewesen. Okay. Was war das? Hm. Das würde, glaube ich, schon mal wegfallen. T.W.R.G. war der Dings gewesen, ne, oder? Ach, das ist eher, okay. Das sind unterschiedliche. Wieso das denn? Wieso hat der denn... Moment mal. Wird der voll zum Profiler, bin ich ganz ehrlich. Also, der rote Pickup von Nathan hat zwei unterschiedliche Nummernschilder. Einmal das T-W-L-G-H-T-Z-N. Und danach hat der komischerweise ein Nummernschild dran, nachdem das Licht kaputt ist. S-X-F-T-N-D-R. Ich würde sagen, dass die beiden Fotos wahrscheinlich ausschlaggebend sind. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich mag es, wenn du den Kopf zerbrichst. Okay, this is just sad, Max. Mein Gott, das gibt's auch nicht. Warte mal, der zerbrochene... Cheatest du, oder wo schaust du immer ein? Nein! Ich schreib's mir mal eben auf meine Vodafone-Rechnung, die Nummernschilder, auf. So, jetzt hab ich Schleichwerbung gemacht, ja? Ja, das mit dem Nummernschild, das hab ich mir aufgeschrieben. Das müsste das wie... Nee, ich hab mir gerade nur aufgeschrieben, wie gesagt, die Nummernschilder. S-X. Das ist S-X-Nummernschild. Das müsste... Wo war das denn? Das ist das hier. So, aber was würde denn jetzt noch hinpassen? Criminal Minds Confirmation... Einmal Abdallah ermittelt schon. Aber die Frage ist, was... Was ist dann... Und vergleich mir die Koordinaten. Ja, ja, hier oben steht der im... Ich würd's jetzt gerne hier zeigen, aber ich kann's euch ja nicht zeigen. Hier oben mit gelbem... Äh... Marker, wo das Nummernschilder markiert ist. Bei den anderen aber auch. Ja. Er cheatet nicht, sondern... Er cheatet nicht, sondern Manuel Neuer. Genau. Aber das sind auch die... T-W-N-P-K-S... T-W-N-P-K-S... Und da unten ist T-W-L-G, ne? T-W-L-G-H... Nächste Woche über Galileo Mystery, ja. Einmal Abdallah ermittelt schon. Oh, yes. Jetzt sind wir endlich irgendwo. Natürlich. Chloe. Lass uns diese Nummern in pluggen und sehen, ob sie an eine echte Adresse leiden. Aye, aye, Kapitän. Hier kommen wir, Rachel. Jetzt hätte ich noch beinahe meine Adresse noch ins Bild gehalten. Ne? Ich hab mir nur die Kennzeichen aufgeschrieben. Meine Wohlerfunde riechen. Aber schon alte. So. Ja, hätten wir das auch. Act X. Flex der Verschwörung auf der Spur. Ja, genau. So ungefähr. Was haben wir hier unten noch? Oh, schon wieder. Ich werd beglommen. Ich hab' zu analysieren, Nathan's Messungen. Was könnte mir helfen, dieses Telefon zu entlocken? Was ist denn das? Holy shit. Nathan ist wirklich unbequem. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Es ist gut, dass die Prescotts nicht alle ihre Träume aufhören können. Flex Faktor, das ist unfassbar repräsentiert von Jonathan Freaks. Verdammt. Das wird aber jetzt echt schwierig. Verdammt. Also Pincard und Handy. Du brauchst den Kode, um ihn zu entlocken. Ja, der Kode. Ich würde mal sagen, ist hier wohl der Pincard. Achso, warte mal, das ist die Karte, da ist Simpin. Steht doch alles drauf, Pin und Puck. Gibst du dreimal den Pin falsch an, hast du den Puck da. Also. Die Gedanken hatte ich aber wirklich bangenhalten. Okay, this is just sad, Max. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Jawohl. Let's start hacking. Da haben wir die Pincard. Äh. 1, 1, 1, oder? Ups. Bad Code. Naja, dreimal falsch eingeben, den Puck hab ich ja. Warte mal, da steht doch Simpin. Okay, dreimal, viermal die 1 passt schon mal nicht. Da muss die Pinn woanders stehen, hallo? Oh Gott. Oder vor der Rechnung. Warte mal eben, bleib mal eben dran. Warte. Und du auf YouTube siehst mich gleich wieder. Bis gleich.